bvb marco reuss geht in eine ungewisse zukunft die zukunft von marco reuss dem langjährigen kapitän von borussia dortmund ist derzeit ungewiss und sorgt nicht nur unter den fans des bvb für gesprächsstoff nicht nur seine persönliche sportliche entwicklung sondern auch die strategischen entscheidungen des vereins werfen fragen auf wie wird sich die karriere des 34 jährigen offensivspielers entwickeln wird er weiterhin beim bvb bleiben oder möglicherweise eine neue herausforderung suchen ein blick auf die karriere von marco reuss marco reuss begann seine karriere in der jugend von rotweißalen bevor er 2009 zu borussia mönchengladbach wechselte mit seinem wechsel zum bvb im jahr 2012 katapultierte er sich nicht nur in die herzen der dortmunder fans sondern auch an die spitze des deutschen fußballs seine enorme vielseitigkeit und sein unermüdlicher einsatz auf dem platz machten ihn schnell zum fanliebling in den über zehn jahren die er bereits in dortmund spielt hat reuss eine beeindruckende bilanz vorzuweisen über 100 tore in der bundesliga und zahlreiche vorlagen quelle transfermarkt und verband deutscher sportjournalisten es aktuelle situation vertragsverhandlungen und verletzungspech der vertrag von marco reuss läuft im sommer 2024 aus und bisher konnte man sich noch nicht auf eine verlängerung einigen verschiedene medien berichten dass die gehaltsforderungen einer der hauptgründe dafür sind dass bislang keine einigung erzielt wurde hinzu kommt sein alter und die verletzungsanfälligkeit die die verhandlungen erschweren quelle kicker und sportbild statistik verletzungsanfälligkeit in den letzten jahren musste reuss immer wieder wegen verletzungen pausieren seit 2014 hat er mindestens fünf größere verletzungen erlitten darunter muskelverletzungen und gelenkprobleme die ihn teilweise wochen oder sogar monatelang außer gefecht setzten dies hat nicht nur seine leistungen auf dem feld beeinträchtigt sondern auch seinen marktwert negativ beeinflusst quelle transfermarkt und sportdatenbank mögliche szenarien ein wechsel oder karriereende es gibt verschiedene möglichkeiten wie sich die situation um marco reuss entwickeln könnte eine verlängerung des vertrages beim bvb wäre für viele fans die favorisierte option allerdings ist dies aufgrund der bestehenden differenzen derzeit unsicher ein wechsel zu einem anderen verein möglicherweise ins ausland wäre eine weitere option hier könnten vereine mit weniger stark besetzten kadern interesse haben um seine erfahrung und führungsqualitäten zu nutzen quelle espn und sky sports zwischen tradition und moderne die rolle von marco reuss im bvb marco reuss vertritt wie kaum ein anderer spieler den traditionellen fußball der immer mehr von der modernen kommerzialisierten form des sports verdrängt wird sein engagement für den verein und seine heimatstadt dortmund sind unverkennbar doch auch beim bvb gibt es bestrebungen die mannschaft zu verjüngen und frischen wind in das spiel zu bringen dies könnte bedeuten dass reuss auch aus strategischen gründen keine vertrags verlängerung angeboten wird quelle süddeutsche zeitung und der spiegel interview mit hans joachim watzke hans joachim watzke der geschäftsführer des bvb äußerte sich kürzlich in einem interview zur situation von marco reuss er betonte die wichtigkeit des kapitäns für das team und seine vorbildfunktion auf und neben dem platz gleichzeitig machte watzke jedoch deutlich dass entscheidungen im modernen fußballgeschäft auch aus wirtschaftlicher sicht getroffen werden müssen eine abschließende entscheidung stehe jedoch noch aus quell persönliche einblicke marco reuss über seine zukunftsplanung in einem seltenen interview gab marco reuss selbst einblick in seine gedanken zur ungewissen zukunft er betonte dass er sich fit fühle und noch einige jahre auf spitzenniveau spielen könne gleichzeitig blieb er jedoch vage was konkrete pläne betrifft ich werde mir in ruhe überlegen welche entscheidungen die richtigen für meine familie und mich sind sagte reuss sport 1 und sky sports die fan perspektive die besonderen fans von borussia dortmund sind bekannt für ihre leidenschaft und treue in den sozialen medien und fanclubs diskutieren viele ausgiebig über die situation von reuss die meinungen sind gespalten während manche einen gehaltsverzicht von reuss fordern um in dortmund bleiben zu können plädieren andere für einen kollektiven spenden aufruf um seinen verbleib zu sichern es zeigt sich dass reuss tief in den herzen der fans verwurzelt ist und sein schicksal eng mit dem des vereins verbunden bleibt quelle twitter facebook und fanzines rückblick reuss bedeutende momente beim bvb ein blick zurück zeigt einige der denkwürdigsten momente von marco reuss im trikot des bvb von wichtigen toren in derbys gegen schalke über seine rolle in der champions league bis hin zu den emotionalen siegen im dfb pokal reuss hat eine vielzahl von erinnerungen geschaffen die den bvb fans noch lange erhalten bleiben werden besonders hervorzuheben ist sein siegestor gegen bayern münchen 2019 das den bvb damals in einer schwierigen saison auf course hielt quelle bundesliga und kicker unabhängig davon wie die zukunft aussieht bleibt marco reuss eine ikone des fußballs in dortmund und darüber hinaus seine zeit beim bvb hat das team geprägt und wird in erinnerung bleiben egal wie die nächsten kapitel seiner karriere aussehen werden autor anita farke sonntag 19 mai 2047